Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon X. Wir sind hier gerade in dem Magnum Opus Palast und sollen ein Koivach finden. Und ich habe eins gefunden, schaut mal, da ist eins. Wüff! Ja, natürlich lässt es sich nicht so einfach fangen. Bitte, lauf doch nicht weg! Hey, Lottie, hilf mir! Dort drüben geht es zu einer Sackgasse. Wir teilen uns am besten auf und treiben das Koivach dorthin. Ich werde es an der Flucht hindern. Sag mir einfach, wo ich mich hinstellen soll. Zum Beispiel... Dort drüben. Dort drüben. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, wo ich mich hinstellen soll. Zu zweit soll es kein Problem sein, dieses kleine Rätsel zu lösen und das Koivach zu erwischen. Achso, die folgt mir erstmal. Wo soll ich warten? Hier? Soll ich hier stehen? Ja, bleib da mal stehen. Verstanden? Das lief ja nicht so. Hm. Okay, egal was wir machen. Es läuft immer hier rum, im Kreis. Ja, danke! Ja, mach das mal. Ey, mal diese Meldung mit den Live-Begegnungen. Das interessiert mich als ein Scheiß-Spiel. Lass das mal. So, vielleicht solltest du hier stehen. Ja. Hey, Lottie. Glaubst du, wir können das so in die Enge treiben? Vielleicht sollte ich besser dort drüben warten. Ja. Und zwar... Hier. Geht das? So, sie kann nur auf diesen größeren Plätzen stehen. Gut, dann bleib mal da. Dann renne ich jetzt hier oben rum. Aha! Puh, gut gemacht. Endlich haben wir es. Du bist echt toll, Lottie. Weil du die Gefühle von Pokémon verstehst, konntest du es einfangen. Oh, Koiwaff. Mein geliebtes Koiwaff. Koiwaff. Seid ihr die beiden, die mein geliebtes Koiwaff und mich wieder vereint haben? Ausgezeichnet. Wirklich wundervoll. Das verlangt nach einem Feuerwerk. Wir lassen es richtig knallen. Und mein Pokémon und ich sind wieder vereint. Unsere gegenseitige Zuneigung ist unbestreitbar. Dieses Ereignis muss mit einem prächtigen Feuerwerk gewürdig werden. Und es ist auch ein Dankeschön für eure, wenn auch nicht allzu große Mühen seien. Also begebt euch zum Balkon. Habt ihr verstanden? Zum Balkon. Dorthin gelangt ihr über den Gang mit den Spiegeln in der ersten Etage. Vielleicht wäre es besser für das Koiwaff, wenn wir es nicht gefunden hätten. Wenn ich ein Pokémon wäre, würde ich so jemanden nicht als Trainer haben wollen. Naja, immerhin bekommen wir so ein Feuerwerk zu sehen. Genießen wir es. Ja, lässt sich streiten, ne? Aber gut. Achso, ich hätte auch einfach geradeaus runtergehen können. So, auf zum Balkon. Ich hoffe, wir erfahren ein bisschen was, was uns in der Story weiterbringt. Wie war die schneller als wir? Ähm... Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich mir mit einem Jungen zusammen ein Feuerwerk ansehe. Oh. Das ist nur ein Feuerwerk. Das Feuerwerk, das wir gleich sehen werden, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil ich es zusammen mit dir gesehen habe, Doxy. Schluss. Na, da haben sich ja die 1000 Poké-Dollar gelohnt, die wir bezahlt haben. Wow. Das war unglaublich schön. Ich werde diese wunderbare Erinnerung für immer in meinem Herzen tragen. Das war das fabelhafte Feuerwerk zu Ehren meines Keuf-Waff. Reicht euch das als Belohnung? Oh. Da war ja, da war doch noch was. Die Pokeflöte. Genau, wir brauchen die Flöte, um Relaxo aufzuwecken. Ach ja, die Pokeflöte also. Hol sie bitte. Sie war einst der Schatz von Chateau Tristesse, bis sich sie als Sicherheit für ein Darlehen erhielt. A und Reich passen wohl nicht zusammen. Gib sie ihn. Hier habt ihr die Pokeflöte. Hört mir gut zu, Kinder. Gebt Geborgtes immer zurück, das ist sehr wichtig. Ich möchte auf dieser Reise zwar viele unvergessliche tolle Dinge erleben, aber diesen Typen will ich am liebsten gleich wieder vergessen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für ihn ist, diesen Palast zu führen. Mag ja sein, aber... Oh genau, Herr Butler, weißt du vielleicht etwas über die Mega-Entwicklung? Ich glaube mich zu erinnern, ein Buch zu diesem Thema in der Bibliothek gelesen zu haben. Jemand, den man heute einen Trainer nennen würde, hat einen mysteriösen Stein hochgehalten, woraufhin sich sein Pokémon noch weiter entwickelt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Bibliothek selbst einen Blick in das Buch werfen. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Oh, nice, danke schön. Die Attacke Schutzschild schützt den Anwender vor gegnerischen Angriffen. Bei wiederholten Einsatz steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie fehlschlägt. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Wer hätte gedacht, dass der Besitzer von Chateau Tristesse und dieser Typ mal befreundet war? Nein, ich ja nicht. Wir müssen ihm unbedingt die Flöte zurückgeben, nachdem wir damit Relaxo aufgeweckt haben. Gehen wir dann jetzt erstmal in die Bibliothek. Okay, das war jetzt alles, was wir hier zur Mega-Entwicklung gelernt haben. Oder zur Mega-Evolution. Ernsthaft? Ja, wow. Jetzt hier raus. Nein. Jetzt hier raus. Ja. Ja. Ja, das war der Palast. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier... ...durch das hohe Gras zurück. Oh, Doppelkampf. Hey, 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 lass uns einen tollen Kampf hinlegen, um unsere Liebe zu den Pokémon weiter zu vertiefen. Ja, schauen wir mal. Ich muss mich raten, was die für Pokémon haben. Oh. Das kommt jetzt unerwartet. Machen wir mal einen Elektro-Ball und Knosti machen wir mal einen Mega-Sauger auf das andere. Gut, das war nicht so gut. Wow. Und wow. Das wird ein schwerer Kampf. Hm, was tun? Mach mal einen Ruck-Zuck-Hieb. Und du mach mal Rückkehr. Und zwar... ...beide auf das Gleiche. Dann haben wir wenigstens eins down. Das wird, äh, bitter. Ah, schade, Pikachu. Wie übel ist das denn hier, bitte? Was ist denn das für kack Pokémon? Dann komm, dann hauen wir jetzt hier voll auf die... ...Kacke. Nochmal eine Drachenwut. Wie das uns hier fertig macht. Oder die. So. Äh, Grimmasse brauchen wir nicht. Wir sind alle Pokémon leveled ab, nur unser Pikachu nicht. Aber immerhin haben wir viel Geld bekommen wegen... ...eben wegen Pikachu. So, jetzt gehe ich nochmal zurück in den Palast. Und lege mich da nochmal in ein besagtes Bett, wenn das geht. Da konnte man ja seine Pokémon heilen, ne? Das ist die Frage, wo war denn nochmal dieses Bett? War das hier? Nein. War das hier? Nein. War das hier? War das hier? Ja. Gut. Diese Meldung mit der Internetverbindung da immer... Wenn ich das irgendwie ausschalten, muss ich nachher mal schauen. So, jetzt seid ihr hier hinüber. Lasst uns einen heimlichen Kampf austragen. Eine Herausforderung von Schönheit Bridget. Psiau. Psiau. Machen wir mal einen Elektro-Ball. Hey. Gebt mir das sofort zurück, das Münz-Amulett. Okay. Smet-Bow. Ja, da können wir mal wechseln. Das ist ein Job für Glutexo. Leider, wenn das da schon wieder... Ist nachher ganz schön hochlevelig, unser Glutexo. Aber was soll's. So, eine Blut. Ich dachte, äh, das... Die Texo lernt langsam auch mal eine stärkere Flammenattacke. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Level das ist, aber... Oh, Pikachu ist jetzt auch ein Level up. Oh, jetzt sind wir hier runtergefallen. Vielleicht sollte ich mir da im Guide quasi eine Map holen, die mal am besten durch diesen Garten kommt. Ich liess gerade mal ein Guide ein bisschen. Nun, da, da, da. Okay, okay. Also, wir finden hier viele, viele Items. Und viele, viele Trainer. Ich bin am überlegen, ob ich quasi... Das zwischen den Folgen mache. Einfach damit das nicht so ewig dauert. Und wir werden hier dringend vor dem, ob ich nicht so ewig dauere. Aber das ist eine große Schadenkarte. Und auch, wir werden hier dringend скоро. Und wir brauchen hier dringend. Und wir schauen, was ich so schtzeig. Und wir werden hier dringend. Aber das ist schon ein Update. Und wir werden hier dringend. Und wir machen hier dringend. Das haben wir gefangen. Sehr schön. Amphizelle ist auch schon direkt wieder ein Level ab. Damit die starken Psychokräfte dieses Pokémon nicht unkontrolliert nach außen dringen, ist das Organ, das diese Freisatz von seinen Ohren bedeckt. Ne. Okay, ähm. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier ziemlich viel durch dieses hohe Gras laufen müssen. Und Items suchen. Ähm, ich überlege aber, wie eben schon gesagt, ob ich das zwischen den Folgen mache. Und euch dann einfach quasi am Ende der Route wieder treffe zur nächsten Folge. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die bessere Variante. Bevor wir jetzt hier ewig im hohen Gras rumstreifen, würde ich sagen, machen wir das so. Denn würde ich jetzt sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und auf bald. Ciao.